Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Senfsouce auf Dior Artikel. Die Senfsouce auf Dior Art à la Diones ist eine schnell hergestellte Soße. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 0,4 Liter Creme Fraiche Zwei große Zwiebeln oder drei Schalotten Drei Esslöffel scharfer Senf Typ Dijon Ein Esslöffel Butter, drei Esslöffel fein gewiegte, glatte Petersilie, frisch gemahlener Pfeffer, Salz Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Messer, Schneidebrett Zubereitung Die Zwiebeln bzw. die Schalottenpellen, feinwiegen, in Butter leicht Farbe nehmen lassen, Senf und Sahne zugeben. Würzen und kurz durchkochen lassen, wegen der Gerinnungsgefahr der Creme Fraiche. Die Soße würzig abschmecken und die Petersilie unterrühren. Soße zu Kurz gebratenem Rindfleisch mit Pasta Zander in Senfsouce Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!